Hallo Freunde von Dach und Holz TV. Wie versprochen Teil 2 noch im Januar. Nein, Scherz, ich weiß, wir haben April. Hat ein bisschen länger gedauert aus Gründen, so ist das Leben manchmal, aber nur ist er da. Der zweite Teil vom Holzrahmenbau, wo es um die richtige Verankerung geht, der Holzrahmenbauelemente auf Bodenplatte oder Sockel oder wo immer ihr die Elemente haben wollt. Ich werde euch erstmal zeigen, wie es klassischerweise geht und dann stelle ich euch zwei neue, relativ neue Systeme vor. Da gibt es natürlich Unternehmen, die dahinter stecken, die haben dieses Video nicht bezahlt, sondern ich habe mir einfach mal ausgesucht, wie funktioniert es, wie funktioniert es gut und werde euch das mal zeigen und erklären, weil das birgt einige wirkliche Erleichterungen. Klassischerweise verankert ihr Holzrahmenbauelemente auf einer Bodenplatte, auf einem Sockel aus Beton, üblicherweise muss man sagen. Und das erste, was ihr dazu tun müsst, ist natürlich eine Feuchtigkeitssperre aufbringen. Hier in Form eines Bitumenstreifens wird ausgelegt, weil der Beton durch seine Kapillarität quasi auch, wenn er lange getrocknet ist, also der kann Monate und Jahre alt sein, trotzdem kann Feuchtigkeit durch den Beton aufsteigen, damit diese Feuchtigkeit nicht ins Holz eindringt. Deswegen diese Feuchtigkeitssperre. Wählt eine Feuchtigkeitssperre, die nachher anschlussfähig ist, eventuell daran, dass auch der Rest des Bodens abgedichtet wird. Auch hier entweder Bitumen oder die meisten von euch kennen auch Katja Sprint. Also nehmt das, was auch später für die gesamte Fläche genommen wird. Dann fällt euch nämlich der Anschluss an diesen Streifen wesentlich leichter. Auf diese Feuchtigkeitssperre kommt zunächst die Montageschwelle. Habe ich natürlich vorbereitet. Es gibt Unternehmen, es gibt Zimmereien, es gibt auch Zimmerermeister, die sagen Montageschwelle, alles Quatsch. Ich würde sagen, weit überwiegend 70, 80 Prozent machen es mit einer Montageschwelle. Der große Vorteil ist, es sind einzelne Hölzer statt ganze Elemente, die positioniert und justiert bzw. ausnivelliert werden müssen. Denn darum geht es ja. Ihr müsst die Elemente einmal dahin stellen, wo sie hingehören, und zwar am liebsten millimetergenau. Und ihr müsst sie so einnivellieren, dass sie in der Waage stehen. Ganz wichtig. Wenn ihr das mit Montageschwelle macht, habt ihr den großen Vorteil. Einer von euch fährt am Tag vor dem Richten der Holzrahmenbauelemente auf die Baustelle. Misst es ein, nivelliert es, fixiert es und am nächsten Tag könnt ihr quasi die Elemente direkt aufstellen. Die Montageschwelle, einige sagen, sie nehmen dann ein etwas feuchtes, unempfindlicheres Holz, wie zum Beispiel Douglasie oder Lerche. Da muss man sagen, ja, kann man machen, ist natürlich teurer. Und vor allen Dingen, wenn man quasi am Außenrand ist, der Bodenplatte, ihr müsst es sowieso vernünftig abdichten. Und wenn das vernünftig abgedichtet ist, dann spielt es keine Rolle, ob die Montageschwelle Fichte oder Lerche ist. Hier soll und darf eigentlich keine Feuchtigkeit rankommen. Deswegen könnt ihr machen, ist aber kein Muss. Das Zweite ist, die Montageschwelle muss nicht zwingend so stark sein, wie das Element darauf. Es muss den statischen Anforderungen genügen. Das tut eine Montageschwelle auch, wenn sie statt der 20 des Holzrahmenbauelementes vielleicht nur 16 oder 18 breit ist. Wichtig ist natürlich, es darf nicht kippen und es sollte mehr als die Hälfte des Holzrahmenbauelements breit sein. Damit haben wir im Grunde schon mal die Basis gelegt. Wir sind jetzt, einfach um euch das besser zeigen zu können, nicht am Rand. Übrigens, wie weit ihr vom Rand der Bodenplatte oder des Sockets weg bleibt, also was an den Außenwänden zu beachten ist, das ist noch mal ein eigenes Video. Ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster. Ich sage nicht Mai, nein, ich sage 2023 wird dieses Video kommen zum Thema konstruktiver Holzschutz. Da zählt natürlich dazu, wie weit positioniere ich das. Nach vorne, wie tief oder hoch muss das sein? Muss ich hier vorne eine Kiesschütting haben oder nicht? Das wird innerhalb eines der Videos, die in diesem Jahr noch kommen. Wir machen jetzt einfach mal so, als wenn das eine Trennwand in der Mitte ist, damit ihr das alles ein bisschen besser seht. Ich habe eben gesagt, Montageschwellen müssen positioniert werden, ausnivelliert werden. Im klassischen Weg heißt das, ihr arbeitet mit Unterlegklötzen, Unterlegplatten, Plättchen, was auch immer. Davon kann man zwei oder mehr auslegen, sodass die Schwelle in der Waage ist. Der Spalt hier, der ist ganz wichtig, weil wenn ihr das verankert, ihr gleicht eine gewisse Unebenheit in der Bodenplatte aus. Das kann je nach Betonbauer durchaus mal zwei, drei, vielleicht auch vier Zentimeter sein. Dann habt ihr hier drunter einen Hohlraum, weil er ja nur punktuell verankert. Wie, das zeige ich euch gleich. Dieser Hohlraum darf aber nicht frei bleiben. Er muss gefüllt werden, und zwar mit einem sogenannten Unterstopfmörtel. Unterstopfmörtel wird eingebracht. Der hat zwei Vorteile gegenüber dem normalen Mörtel. Der erste, der wichtige ist, er schwindet nicht. Normaler Mörtel schwindet so um die ein bis zwei Prozent im Volumen, wodurch sich der Kontakt im Grunde zwischen Holz und Mörtel wieder löst. Das ist nicht gut. Der zweite Vorteil ist, Unterstopfmörtel härtet schneller aus. Manche sagen auch Quellmörtel. Das ist nicht so ganz richtig, weil dieser Mörtel nicht quillt. Er schrumpft halt nicht. Das ist ein Unterschied. Das heißt, wenn ihr die Schwelle positioniert habt auf einer gewissen Höhe, habt ihr immer noch die Herausforderung später, wenn das alles verankert ist, das hier aufzufüllen mit Unterstopfmörtel. Das ist eine, auf Deutsch gesagt, Scheißarbeit. Das muss wirklich mit Fummelbrett und Fugenkeller reingearbeitet werden, sodass das wirklich vollflächig untermörtelt ist, damit der Druck eben nicht nur über die Verankerungspunkte, sondern über die volle Fläche abgeleitet wird. Ganz wichtig. Bei der Verankerung der Holzschwellen habt ihr im Grunde drei Möglichkeiten. Die erste klassische Möglichkeit ist der Bolzenanker. Der sieht so aus. Ihr bohrt hier, ich habe hier vorgebohrte Löcher, wie ihr seht. Ihr bohrt hier mit dem Bohrhammer rein, setzt das Ding rein. Ihr bohrt immer so zwei bis drei D, also Durchmesser des Bolzenankers, tiefer, damit das Bohrmehl richtig absacken kann. Dann haut ihr dieses Ding rein und wenn ihr diese Mutter hier oben anzieht, dann spreizt sich unten der Kegel auf und ihr habt eine richtig hochbelastbare Verbindung, hochbelastbare Verankerung. Das ist der klassische Weg. Das nennt sich Reibschluss. Also durch das Aufspreizen entsteht zwischen diesem Kegel hier und der Lochleibung quasi eine Reibung, ein Pressdruck, der das Ganze wirklich bombenfest hält. Zweite Möglichkeit ist natürlich, ihr arbeitet chemisch, chemische Verankerung hochfest, muss man wirklich sagen, hat den großen Vorteil, dadurch, dass ihr keinen Druck habt, keinen Spreizdruck, könnt ihr näher an die Kanten rangehen. Also die Randabstände werden geringer. Bei vertikalen Löchern, wie es ja hier der Fall wäre, entfällt auch die sonst übliche Bohrlochreinigung, weil wenn ihr diese 3D tiefer bohrt, das Bohrmehl wie gesagt sich unten sammelt. Und dann injiziert ihr quasi diesen zweikomponentigen Injektionsmörtel hier rein, dreht die Gewindestange ein, wartet, naja, ich würde mal sagen so eine Stunde ungefähr. Dann zieht ihr die Mutter an und dann habt ihr schon eine richtig heftige und feste Verbindung. Für diese, das ist jetzt ein neues Gebinde, das kenne ich anders, Fischer, man sieht es. Dazu braucht ihr auch eine spezielle Kartuschenpistole. Ihr seht hier, das sind zwei Kammern und ihr braucht eine Kartuschenpistole, wo es auch zwei Stifte gibt, die das Ganze nach vorne zusammendrücken. Ganz wichtig ist, wenn ihr die Masse rausdrückt, immer so die ersten 10, 15 Zentimeter nicht verwenden, weil da ist das noch nicht gemischt. Hier in dem Statikmischer, der hier vorne dran hängt, sondern erst nach 10 Zentimetern ist es eine homogene Masse aus, ich sag jetzt mal Harz und Härter, die dann wirklich aushärtet und bombenfest wird. Also chemische Verankerung ist der sogenannte Stoffschluss, der, weil diese Masse mit der Lochlaibung, mit dem Beton der Umgebung quasi eine stoffliche Verbindung eingeht, hochfest, hochbelastbar, natürlich nicht wieder lösbar, nur mit Säbelsäge. Dritte Möglichkeit, das nehmen mittlerweile ja viele von euch, ist die Betonschraube. Das ist jetzt mal eine Achterbetonschraube, wird mit 8 Millimeter vorgebohrt. Durch das Gewinde hier wird quasi ein Gegengewinde in den Beton geschnitten. Das Ganze wird auch eingedreht. Man kann das so auch wieder rausdrehen. Ich glaube, man kann diese Betonschrauben bis zu zweimal reindrehen und wieder rausdrehen, ohne dass die ihre Verankerung und ihre Festigkeit verlieren. Danach wird es kritisch. Also gut überlegen, wo ihr das hinsetzt. Einmal rein und dann ist das Ding bombenfest. Wir tun jetzt mal so, als wenn das hier verankert wäre. Ich mache das nicht, weil ich das alles noch brauche. Nachher für die zweite Variante. Wenn die Montageschwellen gesetzt sind und über diese Unterlegklötze ausnivelliert sind und mit Unterstopfmörtel quasi stabilisiert sind, dann kommen die Holzrahmenbauelemente, die im Grunde so aussehen. Die werden draufgesetzt. Ganz einfach. Und zwar, ich zeige euch das jetzt mal von hinten, weil ich das nachher auch brauche. Wir haben auf der Innenseite unsere OSB-Platte, die unten, ich sage mal, so einen Zentimeter kürzer Überstand hat, wie die Montageschwelle dick ist. Das heißt also, wir haben hier eine 60 Millimeter Montageschwelle. Ich habe jetzt die Platte mal 50 Millimeter überstehen lassen, weil dann ist die OSB-Platte quasi ein Anschlag. Setze ich an und damit habe ich automatisch die Richtung erreicht. Ihr habt eben gesehen, Betonschraube oder auch der Bolzenanker oder die chemische Verankerung hinterlässt natürlich auf der Oberfläche der Montageschwelle den Kopf der Gewindestange. Das müsst ihr auf der Unterseite der Holzrahmenbauelemente natürlich ausbohren, damit das draufpasst. Und man muss sagen, alle drei Verankerungsvarianten sind zwar bombenfest, reichen aber nicht aus, um Holzrahmenbauelemente dauerhaft festzuhalten auf dem Platz, wo sie stehen sollen. Um die Elemente nochmal extra zu verankern, gibt es zwei Arten von Winkeln bzw. Ankern. Zum einen ist das ein sogenannter Zuganker. Ich ziehe das mal ein bisschen weiter hier rüber. Der sieht so aus. Dieser Zuganker ist dazu da, die Elemente gegen vertikales Abheben zu sichern. Das erkennt man auch daran, dass quasi dieser Schenkel hier mit den ganzen Löchern am Stiel befestigt wird und über die Vielzahl dieser Löcher und die Vielzahl der Ausnagelung bzw. Ausschraubung, kann man auch, erreicht ihr die volle Tragfähigkeit. Unten wird der Zuganker mit einer Betonschraube, Bolzenanker oder auch wieder chemisch im Beton verdübelt. Und damit habe ich erreicht, dass das Element nicht nach oben abhebt. Es gibt statische Lastfälle, wo eine höhere Lastaufnahme pro Zuganker nötig ist. Dazu bieten viele Hersteller, ich sage es jetzt einfach mal, das hier ist jetzt mal von Spax, sogenannte Druckplatten an, die werden unten eingelegt, mit dem Zuganker im Beton verankert. Und damit habt ihr auf jeden Fall verhindert, dass das Ganze nach oben abheben kann. Ich habe eben schon gesagt, der Zuganker muss am Stiel natürlich vernagelt oder verschraubt werden. Ihr nehmt entweder Rillennägel, kennt ihr, Kammnägel, Rillennägel oder es gibt auch sogenannte Holzverbinderschrauben, die eine spezielle Ausformung unterhalb des Kopfes haben, sodass sie die Scherkräfte aufnehmen können. Wenn ihr euch vorstellt, Vertikalkraft geht nach oben, das heißt, alle Verbindungsmittel hier werden auf Abscheren beansprucht. Das könnt ihr mit normalen Schrauben nicht machen, sondern nur Kamm- oder Rillennägel oder Holzverbinderschrauben. Ob das Ganze teil- oder voll ausgenagelt wird, in welchem Abstand dieser Zuganker zu platzieren ist, das alles ist abhängig von der Statik. Das sagt euch euer Tragwerksplaner und dementsprechend macht ihr das. Die zweite Variante, das ist der sogenannte Schubwinkel, weil so ein Element oder so ein Gebäude ja nicht nur nach oben abheben kann, sondern es kann sich auch horizontal verschieben. Dafür setzt man sogenannte Schubwinkel ein, die im Grunde hier verbolzt werden, auch hier wieder mit Bolzenankerinjektion oder Betonschraube im Beton unten. Und hier wird das ausgenagelt. Hier geht es vor allen Dingen darum, dass diese Bolzenanker hier unten ein Verschieben verhindern. Also ob ihr das hier voll ausnagelt oder teilausnagelt, ist gar nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass ihr diese beiden großen Löcher dazu nutzt. Das hier ist jetzt mal der Nino von Rotoblas, der hier als Schubwinkel funktioniert. In Brettsperrholzelementen funktioniert er als Schubwinkel und auch als Zuganker, weil man dann die Schrauben anders setzen kann, nämlich schräg nach unten weg in die Brettsperrholzdecke. Also diese beiden Verankerungen braucht ihr, um die gesetzten Brettsperrholzelemente zu sichern. Wann macht man das? Unterschätzt nicht die Windkraft. Ausrufezeichen. Das heißt, in dem Moment, wo ihr die Elemente gesetzt habt, ist das Gebäude am leichtesten. Und deswegen wartet damit nicht, bis das ganze Ding, bis das ganze Haus aufgebaut ist, sondern macht es, sobald diese Elemente justiert sind, positioniert sind und alle sicher sind, dass alles richtig ist, sofort gegen Abheben und gegen Verschieben sichern. Ganz wichtig, sonst fliegt euch übers Wochenende das Ding auch mal weg. Wenn der Sturm Jasmin oder so kommt, das hat man manchmal eben nicht so am Schirm, im wahrsten Sinne des Wortes. Also, sobald das Ding steht, verankern, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Bei dem Zuganker ist es auch noch entscheidend, ihr könnt diese Zuganker auch über sogenannte Zwischenschichten verankern. Das heißt, ihr habt hier USB beplankt auf den Stielen, ihr könnt durch die USB-Platten durchgehen. Das mindert die Tragfähigkeit minimal, ist aber zu vernachlässigen. Im Gegensatz dazu, USB-Platte ausschneiden, um den Zuganker quasi direkt am Stiel zu befestigen, ist extrem aufwendig und bringt nicht das Mehr an Tragfähigkeit. Dann lieber komplett ausnageln oder ausschrauben, dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ihr müsst das natürlich bei der Länge berücksichtigen, bei der Verankerungstiefe im Holz, dass ihr hier eben nochmal 15 Millimeter, in der Regel 15 Millimeter USB dazwischen habt. Gut, ihr seht, so geht es erstmal grundsätzlich. Die Hauptherausforderung ist nicht unbedingt das Positionieren, das kann man hier einmessen, sondern die Hauptherausforderung ist wirklich das Nivellieren. Und da gibt es mittlerweile Lösungen, die euch das Ganze doch erheblich erleichtern. Und das zeige ich euch jetzt mal. Eine Möglichkeit bietet Fischer. Ich muss die Namen einfach mal nennen, ist ja nun mal so. Fischer bietet einmal die Betonschraube Ultrakat an, habe ich eben schon gezeigt. Und zwar mit speziellen Unterlegscheiben, die sehen so aus. Pro Schraube braucht ihr zwei davon. Und mit Hilfe dieser Unterlegscheiben lässt sich das Ganze quasi nivellieren im Bereich, ich sag mal so bis 20 Millimeter. Also schönen Gruß an den Betonbauer, ihr müsst genauer werden. 20 Millimeter sind möglich, ohne dass es staatliche Probleme gibt. Starttische, nicht staatliche. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr hier bis zu 5 Zentimeter hoch seid, allein mit der Betonschraube wird es halt schwierig, weil dann wieder ein Moment entsteht, ein Kippmoment. Deswegen sagt Fischer, 20 Millimeter reicht. Wie das Ganze funktioniert, ganz kurz erklärt. Jetzt wird auch richtig gearbeitet. Ihr bohrt einmal im Beton vor. Okay, erst die Unterlegscheibe, Schraube durch und dann rein damit. So weit, so unnivelliert. Jetzt kommt der Trick. Jetzt legt ihr nämlich die zweite Unterlegscheibe auf. Und durch die Löcher, die ihr hier seht, durch diese Löcher hindurch, verschraubt ihr beide mit dem Holz. Im Grunde reichen zwei Schrauben. So, und wenn ihr jetzt mit dem Schlagschrauber quasi die Betonschraube wieder rauszieht, dann werdet ihr sehen, bewirken diese Schrauben, dass das Holz mit nach oben gezogen wird. Also, ihr seht, hier entsteht der Hohlraum. Hier auch. Das heißt, ihr könnt also über die Einschraubtiefe dieser beiden Betonschrauben, könnt ihr das Holz ausnivellieren. Ganz wichtig. Warum funktioniert das? Weil im Grunde die zweite Scheibe über der Kopfscheibe der Betonschraube liegt. Und in dem Moment, wo ich diese Schraube nach oben drehe, also wieder rausdrehe, hebt es die zweite Scheibe an, die mit den Schrauben quasi dann die Montageschwelle mit anhebt. Gut, 20 Millimeter gehen, darüber wird es haarig, bis 20 Millimeter, wenn es also wirklich nur wenig auszunivellieren gibt, könnt ihr auch auf Schubwinkel und Zuganker verzichten. Es kommt immer darauf an, wie tief ihr mit der Betonschraube im Beton seid. Also, sicherer ist es auch hier trotzdem, Schubwinkel, Zuganker einzusetzen und diese Ultracut mit den Unterlegscheiben wirklich nur als Nivellierhilfe zu sehen. Dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite, beziehungsweise, das sind natürlich alles so Details, wo setzt ihr die, wie viel setzt ihr die mit Montage, mit Zuganker, mit Schubwinkel, erfahrt ihr normalerweise wirklich aus der Statik von eurem Statiker, von eurem Tragwerksplaner. Ganz wichtig, aber das macht das schon wesentlich, ich sag mal, angenehmer und wesentlich einfacher, Montageschwellen wirklich auszunivellieren und dann mit den Holzrabenbauelementen drauf zu gehen. Jetzt gibt es noch eine Lösung, die geht noch einen Schritt weiter. So, ihr seht, ich habe schon mal was vorbereitet und zwar diese beiden Bolzenanker hier mit zwei Muttern. Was das mit den zwei Muttern auf sich hat, erkläre ich euch jetzt. Ich erkläre euch nämlich den HCW-Verbinder. Der sieht so aus. Einige von euch werden vielleicht an der Rampamuffe oder sowas denken. Also, es ist ein Holzverbinder mit einem Außengewinde und einem Innengewinde, beziehungsweise hier zwei Spannbacken, so nennt sich das. Und dieser HCW-Holzverbinder wird in das Holz eingedreht und dann auf diese Bolzenanker, auf die Gewindestangen aufgesetzt. Die zweite Schraube hat den Zweck, die ist vorab komplett millimetergenau justiert auf Höhe. Das heißt also, ihr setzt das Holz, in diesem Fall sind es übrigens nicht Montageschwellen, sondern tatsächlich die fertigen Holzrabenbauelemente. Das ist einer der großen Vorteile von diesem System. Das zeige ich euch gleich. Ihr setzt das Element auf. Diese Gewindestangen rasten in dem Holzverbinder ein. Unlösbar, muss man wirklich sagen. Sind aber quasi perfekt positioniert und perfekt in der Höhe ausnivelliert. Diesen HCW-Verbinder gibt es in zwei Ausführungen. Das ist einmal der hier, der unten in der Schwelle sitzt. Und dann gibt es noch die etwas längere Variante, weil es durchaus Ingenieure, Unternehmen gibt, die sagen, naja, eine Verankerung der Holzrabenbauelemente in der Schwelle ist uns ein bisschen zu unsicher durch die Verbindung der Schwellen zu den Stielen. Deswegen gibt es diesen HCW-Verbinder auch mit einer Lasche, ähnlich wie beim Zuganker, der am Stiel verankert wird. Das zeige ich euch gleich. Der Unterschied ist, dieser HCW-Verbinder braucht eine Bohrung von 37 mm. Die kriegt man natürlich nicht überall. Und das Gewinde sorgt natürlich dafür, dass der Verbinder Halt hat in der Schwelle. Bei diesem HCW-L ist es so, dass hier unten kein Gewinde ist, sondern es ist glatt. Es ist eine 40er Bohrung, die ihr braucht, weil dann, wenn dieses Element in der Schwelle sitzt unten, es keine direkte Verbindung zur Schwelle gibt, sondern nur von der Gewindestange direkt zum Stiel. Das zeige ich euch. So sieht das aus aufgeschnitten. Also, dieser HCW sitzt in der Schwelle, hat hier vorne konische Öffnungen, um das Ganze dann auf die Bolzenanker, auf die Gewindestangen aufzustecken. Die Spannbacken rasten ein. Und in dem Moment ist das Ganze unlösbar, sowohl auf Zug und natürlich auf Schub auch. Der Einsatz von HCW ist jetzt nicht unbedingt gedacht für den Ein-Mann-Handbetrieb, der nur auf der Baustelle arbeitet, sondern für vorgefertigte Elemente. Warum? Weil diese Löcher in den Schwellen natürlich sehr exakt gebohrt werden müssen. Das passiert am besten idealerweise auf der Hundegger, also da, wo es maschinell positioniert wird, nach statischen Erfordernissen und dann auch gleich gebohrt wird. Ob ihr die HCWs dann in der Vorfertigung oder auf der Baustelle einsetzt, das könnt ihr selber wählen. Besser ist es natürlich in der Vorfertigung. Dafür gibt es dieses sogenannte Setzwerkzeug. Sieht so aus. Gibt es auch nur bei und von Hilti. Und damit dreht ihr den HCW quasi in diese 37er Bohrung rein. Wird mal kurz laut. Ganz wichtig dabei ist natürlich, dass das wirklich exakt bündig eingedreht wird, weil das Ganze ja höhenmäßig schon ausnivelliert ist. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt, wenn ich die Schwelle mal wegnehme. Ich habe hier schon die Bolzenanker eingebohrt, eingesetzt und die Schrauben ausnivelliert. Das muss auf der Baustelle passieren. Natürlich ebenfalls Millimeter. Genau, das ist das ganz Wichtige. Was ihr dazu braucht, ist ein Tachymeter. Ihr wisst, das ist ein Messgerät, was Distanzen, Vertikalwinkel und auch Schrägstrecken messen, millimetergenau messen kann. Diesen Tachymeter stellt ihr auf auf der Baustelle, so wie andere. Eine Montageschwelle an einem Tag vor dem Aufrichten montieren. Geht von euch jemand auf die Baustelle mit Tachymeter. Dann gibt es einen Prismastab, der, zumindest wenn ihr die Vollausstattung habt, an einem Bohrständer von Hilti befestigt ist. Dieses Prisma ist quasi der Reflektor für die Lichtsignale, die vom Tachymeter ausgehen. Und an einem Tablet könnt ihr quasi diesen Bohrständer und die Bohrung wirklich auf den Zehntel Millimeter genau setzen. Und dann natürlich auch absolut lotrecht einbringen. Dann kommen die Bolzenanker rein. Und dann gibt es ebenfalls mit Prisma versehen, wahrscheinlich mit dem gleichen Prisma, noch einen Nivellierstab, nenne ich das mal. Das heißt also, der Einmesser, in der Regel reicht dafür ein Mann. Ein Mann, halber Tag, Einfamilienhaus, Baustelle, das reicht. Der justiert ebenfalls mit dem Prisma und dem Tachymeter diese Mutter hier quasi ebenfalls auf den Zehntel Millimeter genau auf Höhe. Das war's. Das ist die Vorbereitung. Alles andere findet in der Vorfertigung statt. Das heißt, da macht ihr die Elemente zu. Der große Vorteil, muss man sagen, es gibt zwei Vorteile. Der erste Vorteil ist, ihr könnt euch die Montageschwelle sparen. Ihr könnt das Element aufsetzen. Der zweite große Vorteil, dieses Element kann auch geschlossen sein. Normalerweise bringt ihr Holzrahmenbauelemente auf die Baustelle, wo nur die Innenseite mit OSB beplankt ist. Die Außenseite ist offen, weil ihr ja noch an die Schrauben und an die Bolzen rankommen müsst. Das könnt ihr hier komplett vergessen. Ihr setzt das ganze Ding auf, rastet es ein, schwertet es ab, gegen Umkippen, das war's. Also einfacher jetzt nicht, es ist keine, auch wenn es sich so anhört, es ist keine Hightech-Lösung. Muss man wirklich sagen. Tachimeter gehört zur Grundausstattung jeder halbwegs geordneten Zimmerei und Holzbaubetrieb. Und ich habe eben gesagt, ein geschulter Mensch mit diesem System schafft es, diese Verankerungspunkte, die auch natürlich statisch bemessen sind, Abstand und all das, an einem halben Tag Einfamilienhausgröße quasi einzurichten. Ganz wichtig, wenn dann bis am nächsten Tag die Jungs mit den Elementen kommen, Abdeckkappe, da gibt es kein Stolpern, ne? Ja, da gibt es kein Stolpern und ihr wisst, wo die Ankerpunkte sind und vor allen Dingen verdreckt das Gewinne nicht, das ist immer ganz wichtig. So, ich habe natürlich sowas auch mal vorbereitet, zeige ich euch. Läuft. So, sitzt, passt, hat Luft. Ihr habt gesehen, das ist natürlich ein sehr leichtes Element, ich musste ein bisschen nachdrücken. Die echten Elemente haben natürlich bis zu einer Tonne Gewicht, die setzen sich von alleine da drauf und dann hält das. Auch hier gilt, die Beschläge, der HCW-Verbinder positioniert, justiert die Holzrahmenbauelemente. Trotzdem müsst ihr hier unten den Hohlraum natürlich mit Unterstopfmörtel auffüllen, genau wie bei den anderen. Der große Vorteil auch davon, dass man das Element als Ganzes aufsetzen kann, ihr könnt den Unterstopfmörtel natürlich auch vorher aufbringen. Das heißt also, ihr nehmt euch eine Schlagschnur und dann beklatscht ihr die Schmodermasse quasi hier drauf, setzt dann das Element in die HCW-Verbinder und dann habt ihr automatisch nicht nur das ausnivelliert, sondern ihr habt quasi den Mörtel gleich unten drunter. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr nicht das Gewinde verschmutzt. So, hier seht ihr diesen HCW-L. Das heißt also, hier geht es darum, eine direkte Verbindung von dem Bolzenanker im Beton in der Bodenplatte zu einem Stiel herzustellen. Im Grunde wie ein Zuganker auf der Innenseite. Ich habe eben gesagt, dass ihr das Element ja schließen könnt. Dann ist natürlich wichtig, dass ihr diese Elemente annagelt oder anschraubt. Und auch hier wieder Rillenägel ausnageln. Die Tragfähigkeit von solchen Zugankern oder von diesem HCW-L ist immer abhängig davon, vom Ausnagelungsgrad der Löcher. Also Vollausnagelung habt ihr auch volle Tragfähigkeit. Teilausnagelung habt ihr eben nur eine Teiltragfähigkeit. Statiker fragen. Macht klug. Das müsst ihr natürlich vorher machen. Und dann setzt ihr das Ganze auf und dann habt ihr quasi eine direkte Verbindung vom Beton über den Bolzenanker in den Stiel, was einigen Statikern und einigen Ingenieuren einfach lieber ist. So, das war's, liebe Leute. Holzrahmenbau Teil 2. Verankerungen auf der Bodenplatte oder auf dem Sockel, in der Regel im Beton. Eins muss ich noch sagen. Dieses System funktioniert nicht nur auf Beton, sondern über diese Stockschrauben funktioniert es natürlich auch auf Brettsperrholz oder Brettsstapelholzdecken. Die dreht ihr ein, Punkt genau, was natürlich in Holz immer ein bisschen einfacher ist als in Beton. Setzt das nächste Element drauf. Ihr könnt schräge Dachflächen damit verankern. Ihr könnt Decken damit verankern. Ihr könnt Wände damit verankern. Es ist im Grunde ein Stecksystem wie Lego. Das Einzige, was ihr braucht, ist wirklich einmal eine gute Schulung mit den Geräten, die ihr braucht. Auch Tachimeter, Prisma, Tablet, Bohrständer. Und dann ist das eine runde Sache. That's it. Also, so befestigt ihr Holzrahmenbauelemente. Heute, muss man sagen, der Holzbau schreitet ja technisch immer weiter voran. So könnt ihr das Ganze verankern. Hält Bomben fest. Wie weit, das habe ich am Anfang schon gesagt, eines meiner nächsten Videos. Ich lege mich nicht mehr fest, Leute. Ich lege mich nicht mehr fest. Aber eines meiner nächsten Videos beschäftigt sich mit dem konstruktiven Holzschutz. Das heißt also, wie weit muss ich zum Beispiel mit einer Schwelle von der Kante der Bodenplatte unter des Sockels wegbleiben. Was muss hier vorne passieren? Oder was passiert auf waagerechten Oberflächen? Also, das ist eines der nächsten Themen. Ich habe euch zwei Systeme vorgestellt. Man muss sagen, es sind nun mal Fischer und Hilti, die das Ganze machen und vertreiben. Ich finde innovativ. Vom Zimmerer, von der Montage her gedacht, muss man sagen. Und den Rest müsst ihr machen. Viel Erfolg dabei. Bis bald. Vom Zimmerer, von der Montage her. Vielen Dank.